It's poppin' off like a champagne bottle Oh, 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 so bitte handball Ja, ich muss kurz... 1000 Kilobytes sind 1 Megabyte Ja, ja Ja Ja, nee, ich glaub ich hab... Ne, also ein 1 M... Ne, dann hab ich das gleiche wie du, genau 350 Kilobytes Ja, genau, ist das nicht toll? Ja, wunderschön Aber du kommst nicht auch aus der Stadt, aus der ich komme, oder? Wo kommst du ja? Aus Regenstaub Oh, was? Ja, gut, dann passt das Ne, nochmal, ich hab's akustisch nicht verstanden Achso, Regenstaub Ne, sagt mir nix. Wo ist denn das in der Nähe irgendwo? Äh, in der Nähe von Regensburg in Bayern Achso, ne, ich wohne in Hessen Achso, ja, dann kann das schon mal nicht sein Kennst du Gies, Universitätsstadt? Ja, ja, die kenn ich Ja, da, 12 Kilometer weg Schön In nem kleinen verkackten Kaffdorf Guckst du gerne Handball? Ne, leider nicht Ok, gut, sonst würde dir mein Dorf sogar was sagen Ja, ne, mein Dorf sagt mir sowieso was, weil, äh... Ich weiß nicht, kennst du die YouTuber Pitsmeet? Ja Da kommt der Jay aus Gießen her oder sowas Ja, ja, also Und dadurch kenn ich das Ja, aber ich wohne halt in Hüttenberg und die haben halt mal erste Liga Handball gespielt Oh! Ja, ja, ja Gernes verkacktes Kaffdorf mit 3.000 Einwohnern oder... Ja, was soll ich sagen, wir haben 15.000 Einwohner in der Marktgemeinde Und kein Mensch... Weißt du, alle... Alle... Alle ganzen Dörfer, die um uns herum liegen Die haben alle 32.000er Leitungen Ne? Mhm Sogar das Rathaus hat eine 32.000er Leitung Ich hab mit meinen 350 KB die beste Leitung in der gesamten Gemeinde Das ist traurig Ich hab, ja... Dann, es gibt noch so ein paar andere kleine Kaffdörfer Ähm... Da laden die, wenn's hochkommt, mit 80 KB die Sekunde runter Wenn's hochkommt Schön Moment, war das eben Dings, wo wir waren? Ein Laden? Ja, hätte ich's natürlich Du müsstest mal ein Laden Ja, okay Wird die Geiseln aber beim Besuchen angezeigt? Nein, ich hab dich schon runtergenommen Und jetzt wieder raus, du bist als Zivilist hier drin Ne, ne, ich bin als Polizist hier drin Ich bin der Ansatzleitung Achso, Greg ist das Ja, ja, ne, weil... Deine Stimme klingt genauso wie die von Outcast Ja, ne, weil ich... Ich frag dich, äh... Weil ich schreib mit Outcast und er meinte, das wird beim Besuchen angezeigt Weil er bei mir nicht mehr auf der Fahndungsliste drauf stand Nein, das ist nicht, ich hab den runtergelöscht Okay Ja, ja, das ist schon was Das Internet heutzutage Ist aber auch Neuland, also von daher Für uns alle, ja Ja, ja Oh, ja, ja Vor allem mein Vater, der wohnt, der wohnt auch hier in der Gemeinde Im Neubaugebiet, ne Und... Der hat... Den wollten sie... Vor einem halben Jahr ist der hingezogen Den wollten sie noch ISDN einbauen Oh mein... Wer bei uns? Oh... Da steht doch ein Polizeifahrzeug Da steht doch ein Polizeifahrzeug Da steht's aber gut Da steht's aber gut Ja, und das Suche Fahrzeug Durch Suche Fahrzeug Iron Man und Craig Nein Ist das bei dir auch eben kaputt gegangen? Na, jetzt explodierte da was? Nein Nein Das Fahrzeug ist eben kaputt gegangen Es sind vorne eben die, äh, die Dinger, die Reifen weg Da kratzt aus, als ob das explodiert wäre bei mir Ja, nein Das ist ein verfluchtes Fahrzeug Wir sollten uns hier nicht bewegen Ah, warte So Was ist hier denn los? Schon wieder ein Wagen am Arsch? Nein, nein, nein Nee, ich hab einen Wagen geschlagen haben, den du hier hast stehen lassen Ja, den hab ich am Checkpoint stehen lassen Nee, da stand einer, den hast du da stehen lassen Iron Man und Greg hat er gehört Hat dir wohl jemand gesplaut? Naja Nee, sonst wär da ja noch ein Äh, Eigentümer angezeigt, diesen Guck mal auf die Fahndungsliste, ob der draufsteht wegen Autodiebstahl Ähm Sofort zum Diamantenschleifer Ja, in dem Ton schon mal gar nicht mein Freund Ja, Michi Town steht auf der Fahndungsliste wegen versuchter Autodiebstahl Ja, ich hab nur versucht Autodiebstahl Das heißt, das hat er nicht geklappt Genau In der Ruhe liegt die Kraft, vor allem beim Fischen So sieht's aus Oh, da ist einer beloffnet Ja, ich seh's Aber das Polizeifahrzeug steht echt nicht mehr hier Ähm Hätten sie die Güte und könnten ihr das Auto dort entfernen? Das hindert uns an der Durchfahrt Sind nicht abgeschlossen, leider Ähm Hattest du den Sunny? ACAD ist online Mal, tschau Geht mal ausm Weg Geht mal ausm Weg Oh, jetzt geht's los Sag dem Oli Burner nochmal, der soll sich entfernen Ah Gehen sie mal bitte ein Stück beiseite, Oli Burner Iron Man, du auch Da willst du doch jetzt nicht volle Karacho reinheizen, oder? Boom, tschakalaka Boom, tschakalaka Du brauchen jetzt Was machen wir da jetzt reparieren und mach das ganze von vorne Diesmal mit mehr Anlauf Haben wir hier irgendwo einen Händler am Checkpoint? Nein Das ist nicht gut Nächste Mal gibt's mehr Anlauf Und nicht mal die Tankstelle hier ist besetzt, meine Herren Ich hab leck, 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 leck Komm schon Leck gar nichts mehr Ah, ihr habt grad Standbilde, ey Habt ihr ein ACAD schon angeschrieben? Oder was? Kann zumachen, Herr Retrode Jawoll Was ist das hier für ein Checkpoint? Checkpoint X-Ray, alles klar So, wo ist denn das Smartphone? Entschuldigung, wir haben's ziemlich eilig Die Ladung ist echt leicht verderblich Kontrollier mal in der Zeit die Leute mit den Ladungen und so weiter Haben wir gerade erst, die haben Diamanten gemacht Wir haben soeben deine ACAD bestellt, ey, der dürfte gleich da sein So Ja, das wär super Sagt mir, die sollen nochmal ein bisschen weggehen Hm, okay Moment, warum kann ich nicht weitergehen, okay Gehen sie nochmal ein bisschen weg, könnte gefährlich werden So, ich nehm aber ein bisschen mehr Anlauf, sicher ist sicher Ich entferne mich auch nochmal ganz kurz Juhuuu Da muss er durchkommen So, während ich repariere, kann mich jemand bitte mal heilen Jawoll Na, wo ist das Rad? Jetzt, danke Ja, danke war's schon Achso, okay So Kannst nicht sagen, dass sie jetzt dann durch können Jawoll So So So, wir haben das Fahrzeug so weit entfernt, wie es ging Sie können ja mal versuchen, ob sie durchkommen Wenn unser Polizeifahrzeug dann weg ist Auf, auf Habe ich ein Leck oder so? Hört man mich? Hallo? Ja, man hört ich Gut, weil die anderen irgendwie nicht losfahren Die anderen zwei Doch, die sind schon weg Leil Stehen aber noch zwei Ja, mein ich ja Achso, okay, die fahren jetzt los, alles klar Ich dachte schon eben, ne? Hehehe So, jetzt mal richtig fies da an und in die Schranken auf Dann macht's bumm So, hab ich letztens eine Sportlimo geschrottet Er sollte in den Checkpoint reinfahren Ist dann mitten unter der Schranke stehen geblieben Ich hab das nicht gesehen, hab die Schranke runtergemacht und so macht bumm Wollen wir jetzt zum, zum Diamantenschleifer Ich hab ACAD bestellt, aber ich weiß nicht, ob der kommt Ja, wird schon kommen Alles klar Ach ne, FND hat das Ach ne, Luftwürgen ist schon da Ist denn auch da Loll Wollt ihr grad beschossen? Ja Ja, komm, Achtung Ach du, schießt du aufs Fahrzeug? Ne Loll Wie hat sie in ne Hose kackt, ey Ach du bist das, meine Herren Oh mein Gott, ey Ich hab schon gedacht jetzt Meine Fresse, ey Mein Puls ist grade ein bisschen hochgegangen, ey Müsst ihr mich nicht mehr so erschrecken, meine Fresse, ey Wie geil Hält hier irgendwo ein Heli an? Ah, ACAD Hallo 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 Soll ich die mitnehmen oder reparieren? Ja, abschleppen Mitnehmen Abschleppen? Ja Ja So, ich muss mich mal abmähen Weil mein Internet gleich abkacken wird Telekom Ja Wie ich die liebe Telekom stellt das Internet für ihr Dorf für zwei Stunden ab Dankeschön Soll ich dem die Tür aufmachen hier? Ja Ah, ne Geil, kack Sehr schnell ein Grabbescheid Bevor ich ganz weg bin Ja Leute, die halten hier Achso Alles gut Guten Tag, einmal bitte aussteigen aus dem Fahrzeug Hey Noah, kommen Sie mal bitte euch von mir So, die Herren Was haben sie denn geladen? Der Diamanten Diamanten, alle drei? Die werde ich jetzt nicht verstanden Alle drei Diamanten dabei, oder? Ja, ja, wir haben alle zusammen gelootet Und die sind auch hier auch nicht vom LKW gefallen Also das sind alles echte Diamanten Ja Aus China Echt? Sind die denn legal? Ja, ja, die sind legal Okay, wirklich haben wir ihre Fahrzeuge gesuchen Und wir auch gerne Können Sie gerne machen können? Ja, können Sie machen Kriege ich mal einen Plastikdiamanten wieder, den ich Ihnen gegeben habe? Das ist noch ein Mischi-Town Ähm Ähm Iron Man Der Mischi-Town steht zweimal auf der Verhandlungsliste wegen versuchten Autodypstall Ja, ja, mach ich gleich So, beim Herrn Mischi-Town scheint ja alles okay zu sein, aber bleiben Sie mal bitte kurz noch hier stehen Ich spreche Sie gleich nochmal drauf an So, ja Noah, in der Mitte ist Ihr LKW Ich glaub ich muss, ich glaub ich muss, ich glaub ich muss noch kurz aufschließen, ich hab vorab geschlossen Oder geht's auch so? Mh, das geht auch so, ja Ja Was dann auch? Da scheint ja alles okay zu sein Und der Robert, der letzte ist Ihr LKW Oder wer war das? Nee, das hier ist Ihr Noah, oder? Der letzte Ja, ja, der hier ist meiner, ich bin der Ärmste hier Okay Da scheint ja auch alles okay zu sein, also Die beiden dürfen sich schon mal in ihr von der Verhandlungsliste, aber warten Sie bitte noch Ich bin noch nicht losfahren So, Herr, mich geht darum Sie stehen noch auf der Verhandlungsliste, warten Sie mal kurz Den zweimaligen Versuchten Autodypstall Ich hab dir gleich da gewinnen Ja, eigentlich hab ich gar keinen Verhandlung geklaut Ding, sondern das Hm Okay, dann machen wir mal ein Deal Ich berechne nur, weil es jetzt zwei Stück sind Berechne ich nur einmal Versuchladiefstall von vielen Fahrzeugen Sind Sie damit einverstanden? Ja, ja, ist kein Problem, nur Es ist mir nicht bekannt, dass sich irgendwas geklaut hat Zumindest ein Fahrzeug Zumindest der ist nicht in meinem Kenntnisstand Gut, könnte sein, wahrscheinlich vor dem Restart oder so Oder von Ahnung Weiß ich nicht, also das wäre jetzt nicht Ja gut, dann ist in Ordnung Ne, ne, dann vergessen wir das mal Wenn Sie sich... Oder, oder kann ich den Diamanten fallen? Ne, ihre Diamanten können Sie behalten Ich kann den Diamanten, das ist in Ordnung Ne, ne, die können nur nicht behalten, die Diamanten Ich möchte die nicht haben, sagen Ja, okay, gewünscht, ciao Danke, ciao Schau So Checkpoint an Luftüberwachung, bitte kommen Luftüberwachung hört Wir haben hier den Orca von 50 Pogo über dem Checkpoint haben Könnt ihr euch den mal angucken? Wir machen uns sofort auf dem Weg, zwei Kilometer Okay, danke Checkpoint Ende Ach, darum höre ich die ganze Zeit einen Helikopter Ich dachte schon, ich bin paranoid So, und Schlüssel für den Wagen? Ich glaube nicht Aber ich habe an Okay Jetzt stellen sie schon Anforderungen, wer kommen soll, oder was? Was macht denn der? Achso Jetzt komm Hat er Angst vor unseren Leuten, oder was? Ganz schön Aber den kriegen sie eh Ja, natürlich ist die Polizei Ja, das ist die Polizei, wenn wir niemanden kriegen würden Ich kriegst aber keinen Orca mit der Pulle mit dem Hummingwolf hin Ach Wenn der schlecht fliegt, dann kriegen wir den schon Ist aber nicht schlecht, ich kann die Leute Achso Komm hier rummachen Ne, hebt irgendwo ein Heli ab Ja, am Krankenhaus Achso Kommt Temples Gerät an Ach Bitte? Da kommt Temples Gerät an Okay Temples ist doch illegal, oder? A la LKW Achso, achso, hier ist er Runter Ich sag euch schon mal Ich hab ein Kadiva im Rucksack, aber das ist jetzt mal egal Ich wollte euch das mal so mitteilen, dass sie mir, also die DF Leute heute mal vorhaben Legal unterwegs zu sein, also ich kenne Schießerei anzufangen und legal zu trauen Also wenn ihr da mal öfflich ein Auge zudrücken würdet, wenn ich jetzt meine Kadiva hier im Rucksack mit schletter Das wäre echt geil Wir können das so machen, wir können das so machen Wir stellen ihn keine Strafe aus, aber sie geben die Waffe ab Öffen, Beziere und alles aufbehalten, nur die Waffe Nö, dann verziehe ich mich wieder Bleiben jetzt bitte stehen Ah, wer hat's gesessen? Oder auch nicht Ich gehe links rum Schreien sie mal bitte wieder aus aus ihrem Fahrzeug Der ist ausgestiegen Der schießt Der schießt Ich hab den voll getasert, alter Ich darf scharf schießen bei so, er geht in Deckung, ne? Ja, ich bin in Deckung, mehr oder weniger Der leckt ein bisschen Ich bin auch zuß Ey, du hast ihn aber Ist aber Hoch, alles lang Ich habe einen Lass mich in Ordnung was ist da los ja ein bisschen Stress, aber... nicht so gut gelaufen Thorne Attirer und fahren direkt wieder hin Tohni, kannst du das mal kurz wiederholen? Ich hab's überhaupt nicht verstanden ja, das war als DF Gunther, er hat gesagt, er hat eine Katsune am Rucksack und wird gerne durch und ich hab gesagt, wir machen dir, er gibt nur die Waffe ab, darf alles andere behalten, zahlt auch keine Strafe meinte er nö, steigt in seinem Tempest Gerät ein, fährt weg, ich hab ihn halt auf ihn geschossen da ist er sein Reich zerschossen, er ist auch gestiegen aber jetzt ist alles klar, oder wie? wir sind beide tot so, ihr seid beide tot, wer ist denn da noch? keiner was ist mit dem, mit den Autrackzählern, Leuten? keine Ahnung, von denen hab ich keine gesehen ok holst, was ist denn das hier? Holst du ein Fahrzeug oder soll ich mir eins holen? ja, ich zieh schon mal einen Wagen oh Gott, wo ist denn der Typ? rechts ist der ein naja, ich geh schon mal hinter ich schaffe, was wir machen also wenn der anfängt scharf zu schießen, da wird er auch, oder was? alle klar, auch da ist er ja, ich geh schon mal einen Wagen ja, machs das Moment, vielleicht sollte ich noch ein Dings mitnehmen, oder? ja, 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 ja Ich würde es scharf schießen sollen, du hättest nicht, das Ding hat es ja den locker weggerutscht. Okay, wenn du möchtest, kannst du schon mal vorfahren, ich komme gleich nach, so ist es nicht. Nö, nö. Weil warum kann ich denn nicht ins Bankkonto eintippen? Ah, okay, jetzt. Als Polizist wird man ja Millionär, ist ja da, Wahnsinn. Ich bin jetzt bei fast 18,2 Millionen. Das ist nicht alles durch Polizist. Ich bin schon bei 21 Millionen. Ich rechne da jetzt nochmal 6 Millionen drauf, die ich einfach nur... Ich bin jetzt bei fast 18,2 Millionen.